So geil! Wollte ich mal kurz vorstellen für YouTube? Gut. Wolltest du dich mal vorstellen? Wer bist du? Mein Name ist der Klaus. Was? Was sind wir hier gerade? Wir sind in den Ehrring. Geile Leute, geile Stimmung, geile Blühne, geiler Sound, druckvolle PA. Ganz professionell am Darts spielen. Jetzt. 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 Ja. Jetzt. Wolltest du mal ein Promo machen für den Contest? Ja, natürlich. Ihr Bandcontest. Hallo. Ich bin in den Pfilz. 9. 16. 30. April. Bitte kommen. Bitte kommen? Ja, auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall kommen. Geht das von gutem Zweck oder ist das die eigene Tasche? Ne, das ist einfach. Die Bands kriegen was. Erster Platz und Zweiter Platz. Was kriegen die? Die ersten Platze? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Bin ich mir nicht sicher, was die kriegen. Okay. Aber das ist doch schon mal ein anderer als deine Leute. Ja, auf jeden Fall. Wegen welcher Band bist du heute da? Ich weiß gar nicht, was für Bands heute spielen. Geht das aus? Wie? Wie? Wegen welcher Band bist du heute da? Hyrex auf jeden Fall. Willst du noch jemanden grüßen? Ich grüße alle. Einfach alle? Genau. Oh, nicht schrecklich. So ist richtig. Vielen Dank. Wie ist dein Name? Nick. Nick, servus Nick. Du bist heute beim Bandcontest. Bist du von der Band? Nein, ich bin Pfannenstatt auf Merling. Achso. Da hat sich's aufgerissen. Du bist von Hyrex, oder? Was? Ne, ne. Ich bin ja der Fansprecher. Der Fansprecher. Fansprecher. Ey, ich bin schwul. Kommt das denn her? Wir haben einen Fansprecher. Also und bei den Leuten kommt es super an. Bis bald zur nächsten Episode von Hyrex TV. Können Sie sich mal kurz jemanden vorstellen? Das ist unser Fahrrad. Der Flash-Kumpi. Was ist denn? Out-of-Kumpi. W-U-H-A-N-U-U-U? You can do it! But I don't want to do it! Okay. It's pretty good! So bad, Mike! Komm, machen wir mal das Echte. Das war doch das Echte. Das war das Echte. Total uninteressante Geschichte erzählen. Ich bin einmal an den Tegernsee mit dem Zug angekommen, weißt du? Dann bin ich mit dem Zug und dann bin ich raus. Dann sind da ungelogen solche, solche Hagelkarren heruntergefallen. Mich hat es fast totgeschlagen. Und dann war da so 10 cm hoch, waren da Hagelkarren auf der Straße gelegen. Die haben Hagelkarren geschickt.